Um diese Jahreszeit gehören gebrannte Mandeln einfach dazu. Deshalb gibt es heute mein super einfaches, unschnelles Rezept dafür. In eine tiefe Pfanne kommen Zucker, Zimt, ein bisschen Vanille und Wasser. Die Mischung lasse ich aufkochen, das geht auf meinem Induktionskochfeld wirklich ruckzuck. So schnell kann ich gar nicht schauen, köchle ich die Flüssigkeit schon. Jetzt kommen die Mandeln dazu. Ich rühre um, bis die Masse kristallisiert und die Mandeln eine harte Zuckerschicht bekommen. Ab damit auf ein Backblech mit Backpapier, gut verteilen und komplett auskühlen lassen. Elektra Prägens und ich wünschen euch einen guten Appetit.